Also der Jens macht das Celebration. Sie sollen alle verhängt werden mit den Betttüchern im Schalbettdruck mitbringen. Ich komme von der Arbeit aus. Ich habe ja keine Rolle, kann ich ja vorher gehen. Der Lothar bereitet davor, der macht nichts. Aber wir haben uns das ja auch nicht gemacht. Wir haben uns das ja auch nicht gemacht. Ich komme gleich bei uns. Wir haben gerade eine Frage, die wir auch beherrschen.